So jetzt geht es weiter bei Far Cry 4. Wollen wir mal gucken? Mal wieder ohne Bier. Was ist das? Was war das? Ah ja okay. Ich kickse. Wahnsinniger. Aber der Bogen ist geil, ne? Kann der zoomen oder so? Nee, leider nicht. Große Motherfucker. Wieso brennt das da? Dieser fucking... fucking over, Alter. Da hastest du, elender Wichser. Da, da, friss ihn, friss ihn, genau, friss ihn, friss ihn, friss ihn, friss ihn auf, friss ihn auf, friss ihn auf, mit die Kätzchen. Mir fragen. Oh, super. Hä? Da, boah, ich guck dir so gerne in die Augen, Baby. Und dir erst. Oh, du geile Augen, ey. Einen, die so puff machen, ist voll cool. Was ist, was ist das? Bin ich verletzt oder bin ich verletzt? Und dann geht es mir gut. Ich laufe erstmal ein bisschen. Da hinten. Da hinten. Da ist der Wichser. Da ist da noch irgendwo eine. Hallo? musste immer ja das klar der verdient ist nicht anders so respektloses drecksauto da von hinten zeigen wir ja mal indem wir nicht schlitzig lieb sie auf die marken der ist so weit weg ich weiß nicht warum der auf mich zu schießen kann und ich nicht auf denen es ist immer so gemein wer will sich denn hier verstecken dass sowas gehört sich aber nicht ein opfer wo muss ich hin da klettern am besten noch mal selber okay also hier kommen wir jetzt schon mal ein bisschen weiter hippie ja joo schweinebacke genau so sehen wir das ich wollte schon sagen da sind wir jetzt gerade falsch aber hier wird es doch jetzt bestimmt wieder heavy oder nicht ich habe sechs die schweine helft ich es ist auf jeden fall weg da oben ist auch was es ist es ist es ist es ist es ist es ist Was ist das? Was ist das? Jetzt ist er weg. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? So, was müssen wir jetzt machen? Sehen wir irgendwo einen gelben Punkt? Nein, ne? Nein. Gut. Hier sind ja nochmal Muni. Muni ist immer gut. Oder wie sehe ich das? Wie siehst du das? Das ist sehr gut. Mann ist ja. Gucken wir mal, was hier für ein Piece ist. Und da ist Butter. Da ist guter. Oh, noch mehr Muni, Siona. Sechste Stück mehr geht nicht. Und was ist mit Butter? Halt. Hier ist irgendwas. Gut zu erkennen an diesem... Ich verstehe keine Worte. Ich verstehe keine Worte. Ich verstehe keine Worte. Ich verstehe keine Worte. Ja? Ja? Ich würde mir sagen, wir sehen uns bei... Blablabla. Hast du nicht gesehen? Willst du nicht hören? Bei Teil 3. Wieder. Ich muss auch mal gucken, wo der Pisser hier hinläuft. Ja. Teil 3. Wieder. Hund. Komm her Hund. So. Gucken wir mal. Sagen wir bis zum... Bei der nächsten Folge, ob wir gucken ob Hund oder Katze. Bei Fatze Katze 4. Tschüss. Was ich verdient? Dürfenster? Dürfenster hier ist es? Untertitelung des ZDF für funk, 2017